Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Geld verdienen kannst mit Lego. Ja, richtig gehört, mit den wunderschönen kleinen Bauchklötzchen aus der Kindheit kann man heutzutage wirklich richtig viel Geld verdienen. Es ist keine Schnellreichwertmethode, du musst dafür wirklich viel recherchieren und so weiter, aber es gibt wirklich hier richtig schöne Möglichkeiten, sein Geld zu vermehren mit Lego. Zum Beispiel gibt es hier eine Seite, die ist sehr empfehlenswert, die zeige ich dir einfach mal. Da gibt es hier verschiedene Lego-Modelle, verschiedene Lego-Pakete sozusagen. Du siehst es hier zum Beispiel den Eiffelturm oder ja, irgendwelche Star Wars-Raumschiffe, die in den letzten Jahren verkauft worden sind und die jetzt mittlerweile ein Vielfaches an Wert haben von dem, wie es verkauft worden ist. Zum Beispiel hier dieser Ultimate Collectors Millennium Falcon, der 2007 verkauft worden ist für 450 Euro und jetzt mittlerweile 2200 Euro wert sein soll. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch detailliert an und ich zeige dir auch in diesem Video, wie du das selber umsetzen kannst, sowohl mit alten Modellen als auch mit neuen Modellen und auch wie du das Ganze mit normalem Lego, also jetzt ohne so Special Editions eben umsetzen kannst. Grundsätzlich ist hier immer diese Nummer wichtig, also hier diese 10179, das ist im Prinzip jetzt diese Produktnummer und da siehst du auch schon auf Amazon alleine, da werden hier gebraucht, also diese Preise von vorhin, die wurden auf Neugeräte, auf neue Produkte bezogen. Hier gebraucht schon für 1700 Euro oder hier neu für 4000 Euro angeboten. Natürlich ist das nicht so, dass das jetzt unbedingt der Wert sein muss, das ist einfach jemand, der bietet den für 4000 Euro an, aber du siehst ja auch schon die Preisspanne, wo das liegt und diese 2200 Euro, die hier angegeben sind, sind da deswegen durchaus realistisch für neue oder neuwertige Pakete aus diesem Jahr. Also hier empfiehlt es sich natürlich immer neue Produkte zu kaufen und das aller aller wertvollste ist das Taj Mahal aus dem Jahre 2008, wurde damals für 250 Euro angeboten im Handel und ist mittlerweile hier angeblich 2500 Euro wert. Das überprüfen wir natürlich auch gleich mal und das ist im Prinzip so eigentlich das teuerste Lego Set und auf Amazon alleine, du siehst es hier, gibt es auch schon wieder verschiedenste Angebote. Auch hier wieder wichtig, diese Nummer einzuhalten, denn davon gibt es auch wieder Neuauflagen. Diese alte Nummer hier, aus dem Jahr 2008, fängt ja ab 1700 Euro an, also ist durchaus preislich ein bisschen drunter unter dem, was hier als Einschätzung drin war, aber auch hier 2200 Euro, also es ist durchaus nicht unrealistisch. Auf jeden Fall, wenn man sich mal überlegt, dass hier 250 Euro der Verkaufspreis war vor 12 Jahren, ist das schon wirklich Wahnsinn, was hier für eine Wertsteigerung da ist. Also das hat sich ja verzehnfacht, sagen wir mal verachtfacht Minimum, aber verzehnfacht wahrscheinlich hier im Schnitt und das ist wirklich heftig. Also das alleine nur mit solchen Sets hier, die 10 wertvollsten Sets. Wenn du dich informieren möchtest über neue Sets, die jetzt aktuell rauskommen, das heißt jetzt nicht irgendwelche alten Modelle kaufen möchtest und darauf hoffen möchtest, dass sie in der Zukunft noch weiter an Wert zu nehmen, gibt es hier zum Beispiel solche Seiten, einfach mal googeln, Lego Sets, ja Preise oder Handel oder Informationen oder Wert an Kauf oder Reselling, dann wirst du hier auf solche Seiten stoßen und nimmst einfach gleich die hier, das hier Bricks Pricker. Das ist jetzt eine englischsprachige Seite, aber ist trotzdem sehr, sehr umfangreich, wo es auch darum geht, okay, zum Beispiel wann Produktsets auslaufen, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass eben von diesen Sets nichts mehr nachproduziert wird. Hier diese Lego Set Retirement, das bedeutet, dass quasi diese Produkte nicht mehr von Lego angeboten werden und dadurch werden sie natürlich irgendwann mal hoffentlich im Wert steigen, wie es ja schon bei vielen Sets passiert ist. Es ist keine Garantie, dass es steigt, das möchte ich auch dazu sagen, aber es ist durchaus möglich, wenn du hier beliebte Produkte nimmst. Wir schauen uns jetzt hier nochmal diesen Millennium Falcon an, den wir hier ja vorhin schon gesehen haben auf Amazon. Der wird auf Ebay Kleinanzeigen auch angeboten, hier immer auch ganz, ganz wichtig, auf die Nummer zu achten und auch darauf zu achten, ob der gebraucht ist oder neu. Das heißt, auch hier kannst du ab und zu mal Schnäppchen machen und dir wirklich hier eine Wertanlage kaufen, die du dann eventuell sofort gleich weiterverkaufen kannst für einen höheren Preis oder später. Du siehst hier zum Beispiel mal für 550 Euro ein gebrauchtes Set. 550 Euro ist sicherlich hier in Ordnung, der Preis, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen günstiger, als er eigentlich verlangen könnte. Wurde trotzdem auch noch nicht gekauft. Also von daher ist es auch hier, weil es eben ein gebrauchtes Set ist, natürlich auch immer schwierig zu sagen, ob da wirklich alle Teile dabei sind. Und wenn du jetzt sagst, okay, das mit diesen Sets, das ist mir zu kompliziert, ich möchte auf Nummer sicher gehen, dann kann ich dir zum Beispiel diese Variante geben, dass du hier einfach Lego generell verkaufst oder ankaufst und dann teurer verkaufst. Das kannst du sowohl im Online-Einkaufen auf Ebay Kleinanzeigen eben als Kiloware oder eben speziell hier zum Beispiel solche Schienen. Und hier auf Zox, das ist eine Webseite, die quasi Reselling betreibt, wo du Dinge verkaufen kannst. Die kaufen das zum Fixpreis an. Du siehst hier die jeweiligen Preise auch hier für so Lego-Platten und so weiter. Und die kaufen dir das dann quasi pro Kilo an oder pro Stück. Und dann kannst du natürlich auch einfach mal auf Ebay Kleinanzeigen schauen oder eben auf Flohmärkten, wenn du mal unterwegs bist. Oder in der Zeitung, je nachdem, wo Lego angeboten wird, dass du hier eben günstig einkaufst und dann zum Fixpreis eben an Zox verkaufst und hast damit quasi auch schon wieder Gewinn gemacht. Das Ganze, wie gesagt, immer darauf achten, dass das hier bei den Sets immer passt mit den Nummern. Bei den Kiloangaben auf jeden Fall immer überprüfen, ob das tatsächlich auch den Kilos entspricht, wie es in der Anzeige drin steht. Weil sonst kriegst du natürlich von Zox auch nicht den richtigen Preis, den du dir vorstellst. Und von daher auf Zox dann einfach hier durchklicken. Es gibt teilweise für bestimmte Lego-Sets oder Kategorien, wie zum Beispiel Bionicle oder Lego Technik, gibt es ein bisschen mehr Geld als hier für dieses Klassik. Also ein gemischter Ankauf, wo die Teile vollkommen egal sind, wo es wirklich nur um Kilo geht. Und da bekommst du alleine jetzt hier zum Beispiel 5,20 Euro pro Kilo. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass du auf Ebay Kleinanzeigen, wenn du es günstig einkaufst, sogar noch mehr bekommst. Also quasi hier so um die 10 Euro pro Kilo verlangen kannst. Das Ganze ist trotzdem, wie gesagt, hier mit diesen Sets eigentlich am sinnvollsten, weil du hier langfristig am meisten Rendite bekommen kannst, also am meisten Gewinn machen kannst. Es ist aber auch natürlich risikobehaftet. Du musst erst mal Geld in die Hand nehmen, vor allem auch nicht wenig. Und es ist natürlich immer so ein bisschen Risiko, ob die in der Zukunft immer noch so wertstabil bleiben werden wie aktuell und in den letzten Jahren oder auch noch im Preis steigen. Es ist natürlich anzunehmen, gerade bei solchen Dingern wie hier dem Taj Mahal kann es auf jeden Fall eine sinnvolle Investition sein und kann, wenn du es wirklich günstig einkaufst bei jemandem, der sich vielleicht nicht ganz so gut mit den Preisen auskennt, dann wirklich zu einem hohen Gewinn führen. Von daher kannst du damit auf jeden Fall Geld verdienen, wenn dich das freut und du sagst, das Thema interessiert dich, gerne mal in die Kommentare dein Feedback schreiben, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen und mich abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Ich lade, wie du hier siehst, alle zwei Tage ein Thema, ein Video zum Thema Geld verdienen im Internet hoch. Und Lego ist halt, wie gesagt, von diesem Video jetzt das Thema gewesen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du in Zukunft damit Geld verdienst. Wünsche dir alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flo Pharrell. Wünsche dir alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.